Musik Ich weiß noch mal... Wie heißt's... Ige... Igelei Ich steh noch einen Tannenbaum, ne? Genau Ich wollte eigentlich auch einen Tannenbaum landen Ich wollte eigentlich auch einen Tannenbaum landen Gibt's halt Ursteil eigentlich überall Ursteil nicht, oder? Das wär geil So in der Büchversteilung, das sind so Ursteil Warte, der fragt sich bei mir jetzt noch mal zu schützen, ja Da ist denn so los, Alter Ich bin nur Sarazum, heile Ich hab da ne Scheißholzkarte auf, Alter Oh, was ist denn jetzt? Bumphead Wir haben gewonnen Geil, hat das Sprungbild, wir haben gewonnen Wenn jetzt jeder noch auf Pumpgun griff, haben wir gewonnen Oder Raketewerfer Ach geil Oh, Pumpgun, ne, ich auch Geil hat gewonnen Können wir nix mehr machen Alter, welche was ich für Loot haben? Ich hab die Golden App automatisch Sniper, Grau IAR, Grüni Pumpgun, Bubi Bomb Schildkrank, grad noch der Punkt Hauptsache, er macht uns die Nase lang, ne? Und Sprungfläche Geil, die hat jetzt auch so gut Ja, ich bleibe jetzt so einfach in der Landscheuen drum, bis Spiel rum ist, Alter Ich hab das Nut da nimm mir her, schenke ich nicht, da geh ich noch Oh, er ist in der Trick da unten Lachen, der ist doch vor allem mit der andere Felder Geil, da ist doch schön drin, mit der andere Felder So neu ich Jo, mir auch Da ist Grünier er hier bei mir im Beclaner Racer hinterm Haus Kann sich jemand hole, wenn er noch einen braucht Etikett ich habe schon zwei lagerfeuer kann man eigentlich sprungfläche aufs lagerfeuer das man aufwind wird oder so kann man jemand zu mir kommen vielleicht unterwegs ja da muss man jemand an sind dafür halt ja wie sieht es aus mit steinbruch war hier im steinbruch alter der ist mit weißem und zugekommen er ist auf der anderen felder ja er hat versuch rechts links wenn das sind noch kleine schildring oder granate kann ich mitnehmen alle wir wohnen dort in der bush haltestellt wenn wir gucken mal wenn ich muss da was gerne ich glaube das war bei mir ja bestimmt schon wenn schon so bin ich voll dabei bin ich gut Prozent der Mocker muss stets für den Markt wir haben auch gehalten um hat das schon gut bei gehalten ich sehe ich eigentlich zu ich wollte gerade wo wir schon mit dem Geld über den Ballon ist einfach viel zu los da muss ich einfach hin ja kann man immerhin ich möchte er kommt einfach direkt bei uns oder nicht machte du dich an einer beziehen als ich an irgendeinen anderen sie müssen der jetzt zu dem große an der rot scheuen immer also okay kommst du klar sehen die dich nicht weiter an den anderen ballon der geht da hin und runter alle stelle ich noch ein großer schildrang für dich nils wenn du bei mir abgeschneidt bei mir in der nähe oder doch doch ich bin neugierlich richtig nice alter da wo ist mein sniper muni warte leid dich doch da oben ich stutter dich warte leider einfach mal auf den jahr auf dem button alter baby ich habe die golde ich komme jetzt direkt zu goldensgar im blutballon jetzt ist er dort wo du barm ist der m4 dass wir da rumhubsen zwei ich renne ich renne jetzt baut er so richtig kacke was da los du wix spiel kann ich ja das ist so das ist so ärgerlich der kommt in da ist ja war mal da ich habe nichts mehr also 70 schild oder sowas habe ich glaube ich drauf spiel ach der krabbelt noch passt auf da ist noch einer irgendwie weil der andere krabbelt so ich habe sechs fähne schild zwängt ich habe A6 du hast nämlich noch ein großer ich habe zwei fähne alles klar ist jemand um die blaue pampa oder blazer beamt er hatte schlörp nils ich kenn da aber noch komm her medikit also die blau pampa ist niemanden ich hatte mein slot für heilung frei du hättest da unten ist auch noch schlörp marvin macht er die schild voll und holt da die schlörp ach ja macht das schild voll und holt dann oder so mach ich ach so oder ja gut ich kann aber wie gesagt aber jetzt bei slots breit ja ja da hole ich noch die kanale mit das ist nur durch die blaue erde ja kann ich nur jetzt bei nils ich habe schon rei nicht nur tropat sei langer granate höhe leu soll euch noch was blaues nils ich glaube das ist ein schilder oder guide ja ey guide ja komm her du kriegst jetzt wird die schlörp und der guide holt sich den schildrang und ich gucke dass ich irgendwo mull aufgreifen oder irgendwas noch ich hatte ich habe noch 10 ich wollte nur noch es lot voll machen also ich wollte nur das nächste kleine schlöp nimmt der world gritt hat damit auch 100 kommt muss aber nicht wieder nicht will schlag macht nur von bezogen also der hat schon von gehofft da sind wir alle gar gut ich habe jetzt noch fünf millionen aufgruppe jetzt habe ich für den slot lädt also wenn irgend einer irgendwann mal was hat wollen wir weiterkommen zu einmal bestellt was brauner bevor man es jetzt wieder losgeht gleich schon 120 aber ich habe noch akte falls ich habe nur sniper ja 22 war ich schon auf aber ich weiß ich will nur bis sie gucken doch wir haben ja wir sind hier im kreis also wir müssen hier nicht unendlich in der stadt rennen woche unser loot stimmt unter munition stimmt aber der loot shop hört sich wieder verdammt nah an sie sehen jemand ne aber ja auch umgeguckt sind aber doch da hin auf 105 jeder auf dem perche runter ja das ist ja dort wo mal die andere gekillt haben wir müsste eigentlich preise sind normalerweise ja wir haben sie doch die treppe dort hoch aufgebaut das war ja auch richtig nett von denen ja und ich glaube der geht hin und ran oder mit der leute noch andere sind weil das eine letzte große sache ist noch alle bläden er sehr an die er noch mehr gelassen das pausen ist scheiße das so nils kann er aber ich gerade auch für die rakete ich kann das schild mitnehmen da kann jemand der mulder mitnehmen kann ich ruhig holen jeder hat jetzt ein gut was sollt schon du in deinem eigentlich haben sniper was Ok, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, war auch noch mal ich Gold hab nicht so gefunden. So, jetzt sieht man gleich wo wir hin müssen. Sau geil! Ja, ja. Ja, das war eigentlich ganz gut, ne. Aber ich hab kein Baumaterial, gar nichts. 100. Schultz ich habe zwei Hunderthofft Schultz und zwei Hunderthofft stehen muss aber die Wände mit mir doch auch was enthoben so Nein, nicht die, nicht die, nicht die, nicht die, nicht die, nicht die, das zergrößt sich, nur du umguckst, krank. Ich bin raus, gell? Guck mal da, ich kann mit dem Kopf rausgucken. Hallo? Ich kann auch nicht draufstehen. Ich kann auch nicht draufstehen. Ich kann auch nicht draufstehen. Jetzt aber. Ich muss mal kurz rausspringen. Das ist, weil ich drin rumgeleckt bin wahrscheinlich. Und vollgastend, ich komme mal klein in die Fick festgeschossen. Hast du einer auf der Bahn geklettert oder was? Da warst du hin. Na, Mann, du musst nicht zu heben, wollt. Lass mich doch mit Schämen auch. Oh, Holz ist besser wie stehen. Ja, machbar. Wahrscheinlich. Wir brauchen mal eine Netze bauen, oder? Nein. Vor allem ist es prinzipiell irgendwie immer nur mit Holz. Jetzt gerade in dem Moment. Das hat so schnell eingehört, als wäre ich schon ohne. Achso. Ja, gut. Das war jetzt selbst vorhanden. Ja, ich habe schon ohne so. Ehe eine Mauer ohne drunter gebaut. Da sind ja direkt die Treppetreffer. Ja. Normalerweise kommen wir da ohne es wieder Loot drauf, oder? Wer hat das da Holz jetzt drauf? Ja, jetzt gehen wir weg da. Du verschandelst mir mehr gebildet, oder nicht? Muss man uns verstehen. Ah, diese scheiß Flügel da, ey. Kann ich gar nicht runterfallen, das ist sau. Da kommt doch ein Loot-Drop runter direkt vor uns, ey. Ich gehe gleich sammeln. Erstmal fertig bauen. Was ist denn da? Was ist denn da? Also mit dem Tannenbaum, der sieht mir irgendwie komisch aus. Was ist denn da hin und her, oder? Gute Frage. Welcher? Ne, jetzt geht das schon wieder. Da kommt ja gleich, da kommt ja gleich eh keiner mit drauf. Scheißegal. Das, wo sie die ganze gebaute Sache sind, ne? Oder was? Oh, scheißegal. Wo ist der zweite Loot-Drop? Ja, direkt vor da. Und ne andere ist sie nicht keiner. Oh, ohne Loot endet bei dir in der Nähe von der Zone weg, aber der Loot weg von dir grad. Äh, 285 in das kleiner Häus hier, an dem Häus hier ist der irgendwo rumgetuggert. So, Vector, 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 lustiger Lauf. Ist der Herr, hat der so schrecklich ohne das Heiß hier gesetzt? Ja, das ist wahrscheinlich allein. Ich warte auch immer, was er in. Ich hab's da wieder Notausgebaut, ne? Ah, mein Feuer. Oh, dort baut er, sieh schon. 255. Und hier, die ganze Wäsch, zu dem Notaus ist mit Palätsfilter gelastet. Die kommen in die Notauspassere vorbei. Aber wir sind nicht in der Zone. Hat Spaß gemacht, solang's gut war. Oh, der hat genau gesichert. Oh, hat er genau gebaut, ne, in dem Moment. Der ist weitergelaufen, ne, da hinten um die Bärschkant rum. Kommen wir den Baum da weg. Das kann ich an. Wow. Jungs, du musstet euch raus, ne? Kann auch was Sprung, Head. Ah, saugut. Ich hab Gens. Ja, du hast es? Ja. Oh, hell, ich hab immer am wärmende Lagerfeuer. Oh ja, gute Idee. Geil. Geil, das voll. Ich hab immer das Sprung, Head. Das mal, wenn ich Not abhauke, ne? Ja. Warte, ich brauch's neben dran, doch. Hör drauf. Ja. Umso höher, umso besser. Jetzt kann ich noch, bis ich schieße. Na, aber der braucht sich halt laufend zu, oder? Ich hab niemand gegeben. Jetzt lauft der Rest weg. Oh, Sprung, Red. Oh, Sprung, Red. Ja, ja, der will zum Loot Drop. Der hat dort Balava. Der hat ja das Ding gefressen, Alter. Boah, guck da das an. Da hat er die Golden Skar. Da geht alles, Alter. Da geht einfach alles. Geil, Mann. Wo der noch? Wo der noch inab. Ah, der chillt jetzt wahrscheinlich. Das war der letzte. Ja, ja. Aber der nicht. Oder? Hä? Gott nicht. Hier, das ist der Geld. I love. Chill, wo alle nicht bewegt. Dann hör mal an Pass. ich bin auf jeden fall so rum da guck ich ob ich was sie da schon zu 134 schuss mit 100 pro in irgendeinem scheiß busch auch weiter mal und das ding war alles scheiß gebaut ich wollte es nicht sagen ich habe die granate rüber geschmissen ich will der gefühl nicht verlieren Du hast da hin aber suchen können, oder? Ja, der wär ja schon dran. Mach auf jeden Fall einen No-Scope kill mit der Snipe. Ich habe dich herumgesprochen, oder? Oh, 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 oh. Es ist ja wohl nur die Tier rauskommen in Ularabrik. Ich habe gewusst, aber er kommt die Zonen an die Tiergeschosse, Granate hat er so aufgemacht, es ist direkt drinnen, alter. Das ist aber die Überraschung seines Lebens. Oh, dick. Oh, nice, Alter. Oh, dick. I need an angel to save me from myself.